moin herzlich willkommen zu einer neuen server vorstellung von dragodia einem community server von mir dem streamer drago basler bei twitch.tv slash drago basler wir sind hier in der nähe von meinem magierturm der server ist magisch ja thema magisch mittelalterlich und so also fantasy so ja final fantasy artig hier haben wir überall die kakten farmen die so wichtig sind hier haben wir zum beispiel ein haus hier haben wir auch noch so eine art bunker von slabby bummer da ist der fussel eben und hier kommt das erste ganz große gebäude von leon es soll ein schloss sein und ja das sieht man auch sehr magisch also man fühlt sich so wie in einer halle einer gläubischen halle oder so noch wunderbar mit seinem esel und seinem maultier hier hat er noch sein lager wunderbar seit der ersten server vorstellung ist natürlich sehr viel passiert und das seht ihr jetzt momentan wir haben eine stadt ein bisschen außerhalb vom spawn gemacht und jo es ist ziemlich viel passiert jetzt in diesen sagen wir 20 tagen aber natürlich ist es noch nicht groß hier ist coco da ist auch noch ein grundstück von luke von leon und hier ist noch einer da kann ich kurz nachschauen der el toro 32 ist hier und dann kommt noch basti basti hat sein flieg auf einer fliegenden insel die ist relativ so gespawnt vom word generator und ja scheinbar ein temple oder so auch mit magischem hintergrund wahrscheinlich gemacht und hier am dorf da noch das grundstück ein ziemlich großes grundstück dürfte ich auch haben genau noch ein tempel so ja das war mal die erste welt ich gehe mal kurz noch zu portale dann seht ihr da hier gibt es verschiedene welten hier gibt es zum beispiel die farmwelt 1 die hat ein besonderes prinzip das möchte ich gerne zeigen dankeschön für wenn ihr hier irgendwas abbaut es wird zu bedrock zu grundstein und dafür können die da nach einiger zeit immer wieder etwas abbauen es geht noch nicht alles zum beispiel gras geht nicht seht ihr das wird wieder zur erde und dann wird es wieder zu gras wenn wir das prinzip jetzt zum beispiel sagen wir bei sand machen dann wird es natürlich zu sandstein und bei kies weiß ich gar nicht es geht je nachdem wie selten das material ist natürlich länger bis es dann wieder resettet wird aber daher könnt ihr eigentlich ziemlich unbegrenzt materialien sammeln aber das wird sofort zu kies das geht natürlich mit den ärzen auch und so weiter wenn ihr aber hier mal feststeckt irgendwo runter fällt und so ihr könnt nicht nicht mehr hoch bauen weil ihr könnt auch nichts mehr platzieren das ist so eine art prinzip einfach zum farmen jo also eben kupfer geht auch jo damit ihr wenn ihr mal wenig materialien habt zum haus bauen und so auch mal ein bisschen mehr abfarmen könnt so wir machen da mal kurz zurück in der farmwelt 2 ist aber hingegen einfach eine zweite welt wo ihr alles abbauen könnt da geht alles noch in ordnung dann die erbiger welt wird im ersten bau von unserem techniker dem kzbb vielen lieben dank für die hilfe und die unterstützung und dann haben wir noch die bauwelt das ist eben die wo wir jetzt gerade die häuser gesehen haben das noch der alte spawn das ist eigentlich noch in der mache von fusel der ist aber momentan g unterstrich s unterstrich fusel heisst er der ist momentan nicht so aktiv der macht gerade mobpack server und so weiter kann ich natürlich verstehen dass man natürlich ein mobpack server haben möchte in unserer nähe und eigentlich wäre der ding schon ready wir haben haben ganz am anfang noch einen bahnhof gesehen vom video und diese lohren hier komme ich jetzt hier runter muss ich noch mal sehen sie runter wie komme ich jetzt runter einfach so aus und hören könnt ihr mit der lohre hier hoch dann hier rüber bis zu dem bahnhof mit der brücke genau hier ist noch ein museum da fliege ich jetzt nicht hin das zeige ich euch im dritten video und hier ist noch eine farm eine weizenfarm auch von leon beides gut dann gibt es noch das debate rollerplay und hier wird fleißig gebaut könnt ihr gerne auch mitbauen ihr habt dafür dann kreativ und hier gibt es das bösartige volk von leon da ist gerade momentan könig und hier stimmt da irgendwie der name nicht oder heißt es noch es fusel ich glaube der name stimmt gerade hier auch nicht ähm vielleicht ist er zu lange oder so aber das ist das gutmütige volk das sieht man und hier ist mein ich bin momentan könig vom neutralen volk das hat hier zum beispiel ja einfach so ein bisschen armut als thema wölfe also sollte eigentlich ein fuchs banner sein auch mal kurz das verpackte das allzu alte ressource pack heraus so ihr seht es buchs als thema und dann gehen wir mal kurz ein bisschen weiter ähm das kann ich nämlich schnell vorreden hier ist ein volksfeller lager eigentlich schon ziemlich fertig von mir im live stream immer gemacht alles gebaut hier haben wir einen lavasee einfach ein bisschen weiter dekoriert und das brennende zeug gelassen und dann kommt hier eine arena von felix des genau da habe ich das grundstück nicht so gezeigt das zeige ich euch nachher noch kurz ähm genau und im gutmütigen volk das sind sozusagen die elfen also wir sind die menschen im neutralen hier gibt es zum beispiel die elfen gibt sicher dann auch noch mehr völker natürlich aber gerade am spawn selbsthaft sind die elfen scheinbar in dem coolen ambiente innen und außen richtig coolig schön angenehm sehr schön gebaut und fusel dann kommt eben leon der hat jetzt momentan nicht so bock macht sicher wieder weiter wenn er fertig ist mit seinem schloss ist ein mega projekt bei mir der turm ist natürlich nicht so mega ein großes projekt aber das links um geht eine weinrebe genau dann hat er verschiedene unterkünfte für euch an diesen hier das rechte gehört mir das hat er mir geschenkt steht aber noch nichts das gehört mir sozusagen ich habe es einfach noch nicht bezogen und ähm da hinten sind es die sind die gleichen unterkünfte nochmal so ein bisschen wir sind anders hier ist das dorf und dann kommen wir zu einem der weiteren unterkünfte hier sind einfach zwei häuser genau ok dann gehen wir nochmals zurück ich baue für mein ding eben ein magerturm für mein grundstück so also das alles auch im live stream die rolle play welt wo wir jetzt gerade gewesen sind und auch die in der friebe welt alles hinter meinen live streams hier der magierturm das sind zwei weiß vor allem zwei etagen dann zwei etagen schwarz und dann wahrscheinlich nochmals zwei kleine etagen wie der weiß und hier ringsum habe ich schon angefangen die weinreben mit ein paar fackeln und vielleicht ein paar laternen unten drunter oder so so hoch und dann immer wieder räume die fürs forschen und zum zeigen dass ich sehr variant bin dann ringsum genau und m felix des hat hier noch eine zusammen drei höhlen eine wohnung und genau jo eben der service noch nicht so groß aber das ist halt wenn man einen kleinen live streamer ist der nicht werbung macht man kommt einfach nicht so zu zu vielen leuten und ja er kann natürlich noch wachsen da kann ich gerne helfen wenn ihr lust habt eben rpg welt und so mit ein bisschen eingewertet gewöhnungsphase könnt ihr natürlich ja schon relativ früh dann wirklich auch eure mächte ausspielen lassen und im server besser machen oder ja gibt auch leute die schlechter machen einen server aber wir haben ganz gechillt wir haben immer so fünf sechs leute drin jetzt gerade am nachmittag wenn schule oder beziehungsweise frei ist am mittwoch nicht so viel los aber gegen abends ist eigentlich immer relativ viel los jo ich freue mich auf jeden mitspielen eben es ist mein sehr aber techniker kzbp macht natürlich auch sehr viel wir haben eben die rpg welt die ich noch nicht zeigen darf gut und die rollenspielwelt die wird ja von mir und usl und leon gebaut genau also m4 1.19 2 java edition und jo wenn ihr lust habt einfach mal zuzuschauen kommt bei mir twitch.tv slash drago basel vorbei ist im kanal verlinkt ist unter dem video verlinkt jo und die ip auch um auf den server zu kommen ist eine whitelist eintragung nötig also da müsst ihr den namen sagen und euer alter und dann könnt ihr auf den server jo vielen dank und jo viel spaß noch mit weiteren sachen tschüss